Junge ist das krass Ich werde reingezoomt und Woop Hier mal reingezoomt, das ist ein Auto langgefahren Und woop, gemacht den hier Moin, Level of Detail Moin, ach da krass ist am Krassten, schau mal was ich hier so Simulieren kann Ne, weil ich das schnell enthören geht's immerhin Mal Zweier probieren Zweier geht's auch noch Aber Junge im 8er Ist das krass Eif den Bäumen Da hast du 4er drauf Ja auch Red Dot Nicht Ist das Scope abhängig Also ist 100% Nichts in meiner Grafikkarte Wir müssen es mal mit dem richtigen Scopes suchen Ab 4fache aufwärts Der Bug erst Jep, jetzt war's wieder Also ich überleg mir grad tatsächlich Hier mal auf höhere Details zu gehen Ihr seht selbst, wie sich die Hütte verändert Wenn ich hier rangeh Dieser Übergang hier Solche Sachen hab ich dauernd Also es verwirrt mich maximals Auch hier vor im Snipe Duell So, zack Ey die Bäume wieder Detail Bugs, alter Und verändert ihre Farbe Das kannst du doch keinem erzählen Dass sie so unfähig sind Das irritiert mega Video von machen Musst du Muss mal zurück gehen Ab hier nicht mehr Oh, zack Ups Zack Das ist auf der Spawn-Insel Und den Feld ist nicht auf Was ist denn mit diesen Entwicklern los, alter? Da brauche ich nicht meinen Test-Server Da brauche ich einen einzigen Mitarbeiter Der das Spiel mal eine Stunde spielt Das sind Performance Verbesserungen Haha, sorry, vergessen